Über 100 Drops werden wir heute zusammen öffnen. Alle Items, die wir heute ziehen, hauen wir nochmal raus, bevor es nicht mehr geht. Macht einfach mit, schreibt in die Kommentare, welche der heute gezogenen Items ihr gerne hättet. Und dann kriegt ihr sie von mir. Ich hau alles nochmal raus. Danke fürs Dabeisein, macht ein bisschen Liebe und viel Spaß mit dem Video. So Freunde, wir sind am Start und wir haben den Twitch-Stream-Chat mitgebracht. Meldet euch Leute, lasst mal ein bisschen Liebe da, macht mal ein bisschen Lärm. Und nicht nur den Twitch-Chat haben wir dabei, sondern auch extrem viele Drops. Es kracht komplett. Alleine hier extrem viele Items. 109 Drops, hier steht's, haben wir letztes Mal gelernt. Und wir starten hier mit den ungewöhnlichen, die ballern wir erstmal weg hier. Wir steigern uns in der Qualität. Und da ist es, der erste Drop. Ja, easy, berechnet. Okay, alles kalkuliert hier heute. Was ist unser Ziel-Chat? Was wollen wir heute erreichen? Wie viele Black Markets müssen wir definitiv bekommen? Ich weiß nicht. Also aus über 100 Droppen, da muss es eigentlich komplett krachen. Alle. Ja, guter Call. Oha, okay. Also hier ist eigentlich alles, was schon nicht hellblau ist, schon gut in den Drops. Also das war ja schon sehr selten, das war ja schon insane für die Kiste. Also müssen wir einfach appreciaten, was wir kriegen hier. Man kann auch noch uptraden. Das würde heute den Rahmen sprengen. Aber, ja. Ja, die ungewöhnlichen Drops waren dafür, dass sie ungewöhnlich sind, gar nicht so schlecht. Einen letzten noch. Jawoll! Der Pumpfinger. Nice. Okay, ja. Wir haben nicht viel erwartet. Und wir gehen in die seltenen Drops. Jetzt wird's langsam interessant. 30, 38 Stück. Crazy. Yo, 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 yo. Komm schon. Moai. Oh, selten. Octane? Kilowatt? Kann man machen? Warum nicht? Sehr selten, sogar nicht so selten. Am Ende werden wir natürlich auch noch ein bisschen mit Belieben und mit Nase öffnen und so Tricks. Letztes Mal, wer sich vielleicht erinnert, wer schon länger die Videos und den Stream verfolgt, weiß vielleicht noch, wir haben letztes Mal mit dem Fuß geöffnet und es war ein Black Market. Jetzt mit Fuß. Okay, okay, ich probier's. Okay, ich halte die Maus mit der Hand und mit dem Fuß drücke ich. Jawoll, das ist es. Wow, mit dem Fuß. Ja, let's go. No way. Es ist der Fuß. Es ist der Fuß. Also heute, der Call, der Fuß ist wieder im Rennen und ich hab extra Schlabbersocken an. Also heute wird's hier auch unangenehm. Wir haben noch mal mehr Stuff als letztes Mal. Gefühlt sogar mehr als doppelt so viel. Und es muss ja dann mindestens zwei Black Markets heute geben. Ansonsten auch einfach Epic Games Scammer. Offizielle Ansage. Komm schon. Ah, Import, da ist es, das Erste. Venom in Kobaltblau. Wer will ihn haben? Schreibt's in die Kommentare. Wir werden sehen. Mutter und Bolzen. Manche Sachen auf Deutsch auch einfach irgendwie ein bisschen weird. Ah, komm schon. Gerade Rocket-Ding wieder ein bisschen geizig. Aber wir sind auch noch bei den verhältnismäßig schlechten Drops. Also das ist jetzt hier nicht schlimm. Uh, Perlmutt Metallic. Sehr gut. Ist actually nice. Nochmal der Taschenrechner. Wir müssen bedenken, es sind noch die schlechten Drops. Die seltenen, die sind nicht so crazy. Aha. Na, gejinxt. Aber zum positiven Mantis. Komm schon. Jetzt sind wir gleich in den Top Ten der Drops. Der seltenen Drops. Lightspeed. Uh, eloxiert. Ja. Lustigerweise, vor einer halben Stunde wurde schon gefragt nach genau diesem Item im Chat. Ah, wenn derjenige jetzt mal das Video schaut. Ich würde es ihm gönnen. Oh, Import nochmal. Das nächste Auto. Imperator. DT5. Wild. So, letzter Drop. Machen wir. Wie machen wir das? Mit der Nase. Full Investment. Bakterien rein. Glücklich sein. Schlecht vorbereitet. Weiter. Ja, komm schon. Das ist es. Das muss es sein. Import. Animus. Okay. Ey, gar nicht schlecht, oder? Wer will den Nasen, Animus? Ist eine Geschichte zum Auto. Ist eine Geschichte. So, und jetzt wird es interessant. Sehr selten. Jetzt geht es ja erst los. Jetzt geht es ja erst los. Elf sehr seltene Drops. Mindestens sehr selten. Weg mit dem... Quatsch. Nice. Wo ist er? Der Teveoctane. Jetzt noch weg. Bevor das Trading verschwindet. Komm. Einmal gönnen. Christiano-Räder. Will auch gefühlt jeder Zweite haben. Meldet euch. Weiter geht's. Mit Stuhl. Mit Stuhlgang. Jetzt. Jawohl. Langenhaut. Ist auch immer mit dabei. Immer diese Schlangenhaut. Komm schon. Erste Mal. Exotisch. Und da sind sie die Looper-Wheels. Ah. Warum nicht? Ah. Ah. Man hofft halt immer. Oh. Der Fennec kommt hoch. Das ist halt der Teveo-Fennec. Crackle. Fünf Stück. War nicht schlecht. Ey. Die Dinger sind geil. Die sehr seltenen. Die machen auch Spaß. Schlangenhaut. Jetzt haben wir es beschwört. Jetzt kommt sie. Oh. Espa. Jetzt auch das passende Auto zu den Rädern. Hauen wir auch als Bundle raus. Räder plus Espa. Komplette Espa-Bundle, Leute. Jetzt eure Chance. Meldet euch. Komm, 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 komm. Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es gejinxed, Freunde. Jetzt war es. Oh nein. Oh. Komm. Komm, komm, komm. Oh. Ich habe schon gehofft. Kein Boost. Keine Raketenspur. Das ist das Auto. Aber jetzt sind es die Räder. Letzte. Okay. Wir steigern uns. Diesmal ist es der Ellenbogen, Leute. Watch out. Watch and learn. Ja. Komm schon. Oh. Oh. Ein Auto. Wieder ein Auto. Ripper. Damals zu meiner Zeit hat den jeder gespielt. Sexy Karre. Jetzt wird es richtig interessant. Import. Also. Zwei Stück haben wir nur. Ein normal. Ein mit links. Links ist die Hand des Herzens. Ein mit rechts. Ein mit links. Oh. Ich habe schon gedacht. Der Pfennig. Es ist jetzt auch Black Mark möglich. Linke Hand. Die Hand des Herzens. Apparatus. Können wir auch traden. Goldenes Ei haben wir hier. Wir haben einiges, Leute. Wir haben immer noch 50 Drops. Das ist halt crazy. Komm schon. Binär in pink. Wer es mag. Wer es mag. Es ist dezent. Es ist gar nicht mal bad. Weiter. Hot damn. Komm schon. Komm schon. Komet. Aber auch noch kein einziges entpainted. Von den Imports. Ladies and gentlemen. It's gonna happen. Also jetzt. Also hier nach. Komm schon. Wir haben noch kein Black Market Import. Jetzt. In grün. Geil. Sieht gut aus. Komm schon einmal. Wenigstens eins. Mann. Oh. Reaper. Die sind gut, oder? Reaper. TB nicht. Aber immerhin Reaper. Immerhin Reaper. Geil. Los. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Import. Da ist er. Immer, wenn man so spät erst den Boost sieht. Dann denkt man, es ist vielleicht das Auto selber. Ja. Auch mal wieder Exotic. Dracos. Hätte ich vor fünf Jahren, hätte ich mich drüber gefreut. Geil. Cool. Ist nice. Sind Memories. Komm schon. Ja. Import. Ja. Twinser. Jawohl. Die Kürbisse. Import. Fini in black. Oha. Die sehen gut aus. Ist das crazy. Also optisch sind die sick. I take it. I take it. Exotic. Okay. Carlos in gebrannte Sienna. Ja. Import, aber reichlich. Oh. Ich wollte schon sagen. Octane. Oh. Es ist die Schlangenhaut, die uns wieder belästigt. Es ist der Fuß. Der muss auf den Tisch jetzt. Import nochmal. Oh. Plüsch. Okay. Es ist Zeit. Ich werde eventuell eine Woche offline gehen. Wegen Schmerzen in den Gelenken und in den Muskeln. Krieg den gar nicht so hoch, den Fuß hier. Wie soll das nur werden? Das ist auch ein Spiel hier mit dem Feuer, du. In meinem Alltag geht das nicht mehr so leicht. Dino. Die Dino-Haut. Es sieht nicht so schlimm aus, wie es sich anfühlt im Stream, man. Die Kamera nimmt nicht alles mit hier. Also heute enttäuschend die Füße. Das sind unnötige Schmerzen, die wir uns hier gegenseitig zufügen. All right. Wir gehen in die Turnierpunkte. Wir fangen jetzt erstmal an mit fünfmal chromatisch. Wir brauchen jetzt mal ein Erfolgserlebnis. Wir brauchen jetzt diesen Tornado. Wir gucken uns kurz die Vorschau an. Den wollen wir haben. Impainted. Alternativ die Hypnovelle. Ja, Freunde. Das könnte das schlechteste Trade-Up aller Zeiten gewesen sein. Ähm, Eintausch. Turnier-Items. Ganz kurz. Das muss jetzt hier kurz mal geprüft werden. Da ist doch noch was zu holen. Das kann ich so nicht akzeptieren. Hypnovep. Natürlich unpainted. Mehr dich auch nicht erwartet von diesem Spiel. Komm, gib mir den Tornado. Da ist er. Aber nicht painted. Komm schon. Ja, nichts befindet. Das war's. Meldet euch. Die Items, die ihr haben wollt, ich schenke sie euch. Bitte ein Abo da lassen. Like da lassen. Kommentar da lassen. Bisschen Mitleid könnte ich jetzt gebrauchen. Danke fürs Zuschauen, Leute. Kuss.